So moin moin, nachdem die CDU und auch die SPD den YouTuber Rezo zu einem Gespräch eingeladen haben, hat sich nun Rezo zu Wort gemeldet und möchte an einem Gespräch teilnehmen, aber unter Bedingungen. Diese sollen sein, dass eben die Parteien in dieses Gespräch reingehen, auch selber mit dem Wunsch, eine Veränderung herbeizuführen und ein Umdenken stattfinden zu lassen. Ansonsten sieht Rezo ein Gespräch nicht für zielführend und wird sich auch einem Gespräch verweigern. Rezo hat darüber hinaus auch angekündigt, dass er bereits mit unterschiedlichen Politikern aus der CDU, aber auch aus der SPD schon im Privaten sich ausgetauscht hat und es hierzu dann auch zumindest im Privaten Gespräche geben soll. Er ist also bereit, einem Gespräch teilzuwohnen, allerdings eben auch mit Politikern, die ihn respektvoll behandeln und Politiker, die auch bereit sind umzudenken. Rezo hat angemerkt, dass er nicht wisse, wie jetzt gerade die Position von der CDU zu dem Ganzen ist, ob die CDU an dem Altbewährten festhalten möchte oder ob die CDU nun auch für Veränderungen offen ist. Auf der anderen Seite sieht er da doch auch Fortschritte bei der SPD, die ja gemeinsam mit Lars Klingbeil, Timo Wölken und Kevin Kühnert gemeinsam ja auch im Video gesagt haben, dass hier eine Veränderung herbeigeführt werden muss, gerade auch wenn es die Klimapolitik betrifft. Auf dieser Seite hat Rezo dann schon die SPD für ihre Reaktion gelobt. Was man sagen muss, die Reaktion der CDU nach dem Rezo-Video war mehr als unglücklich. Es sollte ja das Antwort-Video von Philipp Amthor geben. Dieses Antwort-Video wurde produziert, aber nie veröffentlicht und damit hat sich die CDU ihrerzeit ziemlich lächerlich gemacht. Zumindest wurde das so wahrgenommen von der Online-Community. Und die CDU ist von einem Fettnäpfchen ins nächste getreten und weiß überhaupt nicht, wie sie mit dem Internet umgehen soll. Und dann gab es noch die Ausführungen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die Regeln für die Online-Meinungsäußerung im Wahlkampf gefordert hatte. Und die Folge hiervon waren dann unzählige Medienberichte, dass man die Meinungsfreiheit nicht in Frage stellen sollte. Von daher würde mich auch ganz persönlich mal eure Meinung interessieren. Findet ihr, man soll mit der CDU reden, in der Hoffnung, dass sie zu einem Umdenken gelangt? Oder meint ihr, reden mit der CDU, das macht keinen Sinn? Hier bin ich auf eure Meinung sehr gespannt und wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.